Spannendes Projekt, absolut richtig. Wir haben uns entschieden, Seiten City Mail als Sponsor und Partner des Jahren Regensburg eine Sonderedition an Briefmarken herauszubringen, die erstmals und ganz brandaktuell am Heimspieltag gegen Kiel für die Fans und die Öffentlichkeit zu bekommen ist. Es gibt fünf Motive für alle gängigen Frankierungen und das ist eigentlich die Besonderheit als einerseits Dankeschön für die hervorragende letzte Saison und mit Blick nach vorne glauben wir einfach drei Jahren, ist das sportliche Aushängeschild in Ostbayern und alles was unsere Heimatregion betrifft, in positiver Weise passt gut zu City Mail und deswegen haben wir uns für diese Kollektion entschieden. Wir haben das große Ziel Stück für Stück mehr Sichtbarkeit in Ostbayern zu erlangen und einfach bei den Menschen immer mehr in ihrem Alltag anzukommen und da ist natürlich diese Briefmarken ein weiterer toller Schritt, weil jetzt natürlich jeder Jan-Fan, jeder Regensburger und darüber hinaus in der Lage ist, auch über den Brief, den er verschickt, auszudrücken, welchen Verein er unterstützt und da eben auch den Jan mit dabei haben kann. Der Keeper Der Keeper Der Keeper Vielen Dank.